Hallo zusammen, heute geht es nochmal um das technische Zeichnen und zwar möchte ich euch heute nur ein paar kurze Informationen mitgeben, damit ihr in Zukunft einfach schöner und sauberer zeichnen könnt. Ihr wisst, zum Zeichnen verwenden wir ein Geodreieck, das ist ein sehr großes, es gehen auch die kleinen. Als Hilfsmittel sind solche Schablonen möglich, auch die haben wir in der Schule, wenn ihr die braucht könnt ihr diese gerne nehmen. Sinnvoll auf jeden Fall ein Radiergummi zu haben und eventuell auch ein Zirkel. Nun aber zu den verschiedenen Linienarten. Im letzten Video habe ich euch bereits erklärt, dass es verschiedene Linienarten gibt, die sich darin hauptsächlich unterscheiden, dass man sie bei verschiedenen Punkten einsetzt und sie verschieden dick oder dünn sind. Wir fangen mal an mit der Linie, die 0,35 Millimeter dick sein soll. Bedeutet für euch, wenn ihr nur einen Bleistift habt, einfach nicht stark drauf drücken, sondern eine sehr, sehr feine Linie. Eine sehr dünne, fast nicht zu sehende Linie. Man nennt sie auch Volllinie schmal, also eine durchgezogene, ganz schmale Linie. Die verwenden wir für Maßlinien, wo wir nachher unsere Größe des Werkstückes drauf schreiben. Wir verwenden sie für Hilfslinien, das was wir beim letzten Mal gemacht haben. Linien, die wir durchziehen und nachher wegradieren oder nicht mehr brauchen. Und für Schraffuren, das heißt, wenn wir etwas anmalen bzw. Maßlinienbegrenzungen, also wenn wir Maßlinien irgendwo hinzeichnen. Dann gibt es die Volllinie breit. Die Volllinie breit wird mit 0,7 gezeichnet. 0,7 bedeutet, dass es die dickste Stärke, die wir haben, dort dürft ihr wirklich mit dem Stift drauf drücken. Bitte nicht so arg drauf drücken, dass das Papier reißt oder dass die Linie auf einmal einen Zentimeter breit ist, sondern einfach kräftig ein, zwei Mal drüber fahren. Das reicht vollkommen aus. Diese verwenden wir für sichtbare Umrisse und sichtbare Kanten. Also alles, was wir sehen können nachher und zum Werkstück gehört, wird in 0,7 gezeichnet. Jetzt gibt es noch die Strichlinie in 0,5. Die Linien, die ihr in 0,5 zeichnet, dürft ihr theoretisch auch in 0,3 zeichnen. Also hier mittlere drauf drücken, lieber ein bisschen feiner das Ganze machen, gar kein Problem. Wenn wir eine Strichlinie verwenden, das heißt eine Linie, die unterbrochen ist, dann bedeutet das, dass wir eine verdeckte Kante haben. Was das ist, zeige ich euch in dem nächsten Video. Das bedeutet, dass dort die Linien an sich nicht zu sehen sind und verdeckte Umrisse. Das ist letztendlich mehr oder weniger dasselbe. Was das genau ist, zeige ich euch. Die Strichpunktlinien, das ist immer ein Strich mit einem Punkt. Die werden als Mittellinie oder Symmetrie-Linie verwendet, auch bei Kreisen von Löchern. Das zeige ich euch auch in einem anderen Video, wie das Ganze funktioniert. Und zum Abschluss die Bemaßungslinien. So sieht eine Bemaßung aus. Das kommt wirklich jetzt im nächsten Video, das ihr bekommt. Dort zeichne ich euch die Maße ein und wir klären, was ist eigentlich eine Maßzahl, eine Maßlinie, ein Maßpfeil und eine Maßhilfslinie. Und wie sieht das Ganze aus? Das kurz zur Info. Wichtig zur Wiederholung. Sichtbare Kanten. Also alles, was wir sehen können, werden dick gezeichnet. Das heißt, ihr drückt entweder mit dem Bleistift etwas mehr drauf oder nehmt einen Stift mit 0,7. Hilfslinien oder Maßlinien werden dünn gezeichnet. Normalerweise machen wir Hilfslinien in 0,5 und Maßlinien in 0,3. Wenn ihr mit einem Bleistift arbeitet, reicht das aber, wenn ihr letztendlich nicht zu stark drauf drückt, sondern die Linie, wenn ich denselben nehme, ganz fein macht. Im Vergleich dazu zu einer dicken Linie, die ruhig etwas dicker sein darf. Dann haben wir die verdeckten Kanten. Die werden mittelstark gezeichnet und werden gestrichelt. Und wir haben die Symmetrie. Die zeichnen wir mit einer Strichpunktlinie. Diese beiden werden auch dünner gezeichnet. Nicht ganz so dünn wie die hier, sondern so ein Mittelweg zwischen Fett und Dünn. So, dass man einfach einen Unterschied erkennen kann. So, das war es schon von diesem Video. Im nächsten Video wird es dann wieder einen Schritt weiter gehen, was unsere technische Zeichnung angeht. Tschüss! Jetzt ist es weiter gehen. Untertitelung des ZDF, 2020